Alexa, schau mir mein Baby. Okay. There she is. Oh, ey, das könnten wir schaffen. Das könnten wir gewinnen. Ey, das ist ein Toimaster, der richtig scheiße war vom Mini-Test. Ich kenne ihn noch. Ich kenne ihn noch. Ich kenne ihn nicht. Ich schon. Ey, die haben genauso ein schlusses Geno wie wir. Der hat sich in den Big S-Level oder sowas reingekauft, Kappa. Ich kenne den schon. Ich meine, ich will mit Core 3000 spielen. Mach einmal wieder First, obwohl ich ihn wieder reinschalte. Okay, okay, okay. Dann mach mal First. Okay, das heißt, Fabi, willst du eine Picke machen? Weil ich glaube, Selina, Selina, geh mal bitte kurz raus aus dem Spawner. Das wäre super. Wie viel machen wir denn als First? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nein, nein, nein. Ja, du musst nur, drop mal, Fabi, zwei Eisen gleich. 43, rechts sind raus. Rechts, rechts bis 110, nicht weit. Du musst kurz recyceln. Weißt du, wie das geht? Bis 110. Fabi, mach es selber, bitte glaub mir. Es ist besser so. Ich mach es selber. Und Selina, die kann einfach unser Bett einbauen. Aber bitte verwende nicht zu viel Bronze. Nimm nur die normalen Sandsteine, okay, Selina? Du kannst doch gerne reden. Hier beißt jemand. Außer Dukas. Und im Witz, dieser Dukas ist viel sympathischer als der andere Dukas. Das ist halt wirklich so, Alter. Okay, Selina, bauen wir das Bett ein und dann ist die Sache geregelt. Wie war das, der Fall, go, diesen bisschen höher. Wie war das, Third macht Bogen, oder? Äh, zwei macht Bogen. Zwei macht Bogen. Zwei macht Bogen. Du hast all den ich nicht. Ach, second, also wenn du runterspringst, macht Bogen. Ja, du musst jetzt einfach nur Full IQ und einfach Blöcke zum Safe bauen. Macht ja für Full IQ, glaube ich. Fabi, Colma, 40. Äh, kannst 20. Reichen die Blöcke? Ja, durch Turn. Äh, tz, 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 tz. Passe diesen alten Shop. Egal, meine Blöcke reicht halt nicht, um ran zu ziehen. Fabi, du musst schon vorgehen. Achso, danke. Dann können wir es auch so machen. Stopp. Nein! Scheiße. Ich würde gerne an deiner Stelle weiter. Ja, deswegen bin ich auch untergekommen. Egal. Okay, Selina, das hast du super gemacht. Dann entspannen die einfach. Oder weißt du was? Das kommt in Selina hier. Nimm mal das hier. Ich habe schon gehört, was ich glaube, siehren Lust hier. So, und geh einfach da mit dem One-Zekof. Einfach nach oben gehen. Vielleicht bin dauernd länger. Und nach oben. Einfach den One-Zekof. Das hast du wieder gebraucht haben. Du kriegst vielleicht wahrscheinlich ein Storm-Pain oder sowas. Ah ja, genau. Einfach da. Ja, schrei. Schrei, schrei. Das steht da noch oben. Ich hab mir auch ganz profihaft. Ich hab mir leider mitgenommen, mit denen ich eh nichts erreichen werde. Und damit kannst du sogar mittlerweile was erreichen. Genau, Selina, einfach mitkommen. Alter! Schiech! Was ist denn mit dir falsch? Tom! Komm! Ja, du lebst doch! Oh, komm! Ey! Family-friendly! So, Selina, komm einfach mit. Oh, der Bogen ist, glaube ich, schon ein bisschen weiter oben. Alter, ist ja ein Bogen weit oben. Sieht so aus, als ob ich denn zu den Gegnern bin? Nein. Sieht so aus, als ob mich deine Monetarisierung juckt? Ja. Nein. Ich krieg sehr kein Geld dafür. Ah, der Bogen ist da unten. Ja, das sehe ich schon, doch. Er kriegt euch wahrscheinlich ein Storm-Pain oder sowas, kann auch. Ich sag nicht so, dass der Bogen drei Schotts in den Robot. Komm, ich fang dir was mit meinen zwei Misplacen, leider nah an. Hey, sind jetzt gerade zwei Leute über mir? Hä, lass einfach hochpushen. So! Komm, 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 komm. Ja, nice, nice, Fabi. Der Bogen ist extrem weit unten und der ist fucking low. Bogen hat noch einen Schuss. Hallo! Der Bogen ist so low. Der kann nichts machen. Bogen hat noch einen Schuss. Bogen, noch einen Schuss. Bogen, tot! Äh, ist ihr euch bewusst, dass hinter euch ein Roter ist? Über uns ist noch einer. Hinter euch, hinter euch. Achso! Warte kurz. Bitte schön. Ah, noch einer. Noch einer. Fabi, tot! Bin tot als Bogen. Du hast den Roter genockt zu mir. Du Frechdachs. Egal, ich bringe einen neuen hoch. Hab ich überhaupt was hier? Ey, Selina, kannst du mir ein bisschen was droppen, was du da aufgesammelt hast? Das wäre super. Und der ist noch einer. Ja, ich hatte keine Böcke mehr. Den musst du kriegen. Der ist sexy. Oh, danke schön, Selina. Wenn du meine Leiterplatz hast. Ich freue mich nur noch das Gold. Perfekt. Jetzt kannst du dir was kaufen, wenn du magst. Ich kann auch in die Luft schlagen. Denkst du, du bist jetzt cool, weil du dich über mich steckst, du? Ich bin bei Family Friendly. Kannst du den mal bitte mit dem Bogen ausfam? Ich bin gerade erst mal wieder mit dem Bogen auf Weg nach oben. Weil Fabi hat mich gerade verkauft. Der Typ steht über mich. Ja, ich habe selber nicht gedacht, dass du über dich springen. Sag ich dir ehrlich. Aber so ist auch... Komm, komm, komm. Hast du ihn stark? War one's on! Pass auf, da ist aber noch einer und der hat Full Eye. Und du wahrscheinlich nicht. Weiß. Und deren Bogen ist wieder Sam Höheweh. Aber wenn er nicht weiß, dass ich hier bin, macht sie noch nicht heiß. Ich will aber wieder nicht, dass du warst. Dann spring ich runter. Ja, der Typ hat zwei Shots, das ist low. I won't it. Du Hurensohn! Der hat keinen Notpack bekommen, der hat bestimmt Erzern. Ja, die haben alle Erzern. Im Ohrensinn. Na ja. Jetzt stopp. Ja, perfekt. Einer der High-Fekuss ist fucking low vor uns vor dir, Fabi. No joke. Das ist so, er ist one oder tooled. Das ist kein Bow vor uns, ne? Der hat einen Nounschuss. Einen Tod. Nur noch einer und nur noch ein Full Eye. Das ist der Bogen. Ist der dumm? Fabi, chill. Wir sind gerade nur zu zweit. Gegen drei. Schieß den Supporter ab. Da hat gar keinen Bock mehr. Soll ich vorsorglich, ne? Ich sehe mit hochbringen? Ne, du kannst vorsorglich, wenn du magst, noch einen dritten oder zweiten oder zweiten oder einen weiteren Bogen mitnehmen. Ne, Bogen. Ne, braucht man nicht. Na, wir spielen, aber heutzutage spielt man das wirklich so. Fabi, ich könnte auch einfach einen OP-Weg fliegen. Ach, meinst du heutzutage spielt man Fuhrensohn? Ja, ja, das ist so. Kannst du mir vor mich spammen, bitte? Fabi, da ist eine Wall. Ich kann absolut nichts machen. Ja, trotzdem kannst du ihn spammen. Ich bin doch drei, du Wichser. Was ist dabei? Wie redest du mit deinem Vater? Mit deinem... Ja, aber Mutti spammt den ja nicht mit seinen Scheißbogen. Mutti, mach auch mal. Ich mein's auch grad, er mit Schie. Beide down noch. Herr Astor. Nice, 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 nice. Richtig gut, Jungs. Mädels. Sorry, Selina. Oh, einer hat noch einen Schuss abgekriegt. Sehr stark. So, jetzt haben wir doch einen Win. Selina? Ja. Dankeschön. Der pusht weiter um durch. Der ist aber low. Ah, der hat Bogen. Ne, das ist ja noch die um Bogen. Ja, kannst du den bitte machen, der ist mal low. Ich bin jetzt wieder in unserer Base. Willst du mich verarschen? Ja. Wie, du bist back in der Base? Bist du gestorben oder was? Nein, ich hab mich geportet. Pornet. Roman, statt dass du umstayst. Ich war in deren Base. Was für in deren Base? Hä, wie soll ich sonst das Bett abgebaut? Der Bett ist weg, ne? Ah, ah, ah. Da war da was. So, Selina, jetzt zeige ich dir einmal nochmal, wie man ins Bett einbaut, okay? Weil so kann ja besser sein, ne? Und guck mal, man kann ja so spitzhacken und sowas alles nehmen, schön und gut, damit man das abbaut. Aber es gibt auch noch eine Möglichkeit, wie man das Bett besser einbaut. Und das Beste ist halt, indem man Eisenblöcke nimmt, aber Eisenblöcke sind ja sehr teuer, siehst, merkst du ja. Deswegen nimmt man zum Beispiel auch Webs. Und da wir jetzt gerade relativ viel Worms da hatten, haben wir Webs genommen. Ähm, genau. Und man macht ein Fake-Bet, damit die Gegner denken, dass das Bett zum Beispiel verschoben ist. In dem Fall machen wir jetzt ein Fake-Bet nach vorne. Das heißt, wir bauen das Bett eigentlich nur noch einen Block weiter nach vorne, damit die Gegner denken, das Bett wäre hier. Verstehst du? Obwohl es ja eigentlich hier ist. Und so macht man das halt im CWBW. Und das hier, ja. Dankeschön für die Rakete. Okay, der Typ ist richtig gegangen. Ähm, genau. So, außerdem. Achso, das war's. Gigi. Lass mich in Ruhe. Ähm, genau. Okay, das lasse ich drin. Das ist der Pinfo. Lass mich in Ruhe. Perfekt. So, haut rein, Leute. Bis morgen oder übermorgen. Bis irgendwann. Fickt euch. Tschüss. Fabi ist in Hurensohn. Tschüss.